so hallo freunde ls 22 auf dieser doppel krieg wie heißt denn gleich noch mein kopf wisst ihr wenn du so ein lochkopf hast ne kopfloch das ist einfach scheiße so ich habe den spielstand von gestern schon mal eine rausgegeben eine folge das war aber das gefiel mir alles nicht und ja jetzt fange ich nochmal neu an und ich nehme nicht den hof der da unten zur verfügung steht ich werde hier das habe ich mir ausgerufen das ist relativ gerade hier hier drauf werde ich meinen hof errichten jetzt müssen wir eben gucken feldfruchte früchte baumwolle sowieso kacke also werden wir erst mal das land kaufen hier das kaufen wir schon mal das ist das erste das ist mein sein jetzt machen wir hier unseren hof drauf da müssen wir anfangen hier ach so quatsch wo muss ich denn jetzt dahin warte mal hier muss ich erst was recht finde bei einem geht schneller bei einem langsamer was soll das denn hier das will ich doch gar nicht haben apropos genau habe ich das eigentlich schon so einstellungen hilfefenster kranhoja ist klar ist auch klar so zeit skalierung echt zeit war ja klar schuldig jetzt auch noch mal verkehr an jahr so zahlen nein das machen wir ganz oben jahreszeiten aus schnee aus und hier bleiben fruchtzerstörung machen wir aus das bleibt an den lese an 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 nein unkraut aus so schmutz ok motor start aus an auch an schritt auch normal schmutz machen wir mal langsam so helferbetankung ja ok speichern so aber irgendwo irgendwie ach ich bin auch doof so hier müssen wir hin was haben wir im angebot oh la la der sieht gut aus das ist ein kleiner ne das ist ein kleiner ne 95 PS das lohnt ne aber den könnte man sich schon mal hinstellen ja wir müssen jetzt erstmal erstmal bauen wie war es denn noch bauen da war es wir fangen an mit dem wohnhaus fahren wir es ist leider erstmal nur eins aber damit fangen wir doch mal an das ist ja 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 Hier, dieser Scheißdreck. Warum geht... Also ich kapier's nicht. Es ist ein gerader Boden. Es ist ein gerader Boden. Und dann ballert er mir wieder so eine Scheiße hier rein. Ich verstehe das nicht. Und du kannst das einfach nicht mehr... Also früher... Im 19er war das schöner anzugleichen. Definitiv. Also das haben sie nicht gut gemacht. Das muss ich ganz klar so sagen. So, damit soll man das jetzt... Man kann das erstmal schlecht sehen. Und man kann es schlecht angleichen. Das war früher... Tausendmal schöner. Es passiert einfach nichts. Kannst du knicken. Der größte Krampf, den es gibt. Was wir da wieder gemacht haben... Das hätten sie so lassen sollen, wie es im 19er war. Das ging besser. Und dann diese Löcher, die der reißt. Ich habe jetzt extra nachgeguckt, dass es eine gerade Fläche ist. Und da macht er hier so eine Kacke hin. Und das gefällt mir gar nicht. Liebe Giants-Freunde, das ist nicht schön. Glätten. Glätten. Aber du kannst nichts glätten. Das macht er einfach nicht. Voll blöd. So. Einmal dette. Äh... Dekoration. Alles Zäune. Tausende von Zäune und Hecken. Puh, puh, puh. Wir machen da mal... Machen wir da mal eine Hecke hin machen hier. Damit uns hier keiner ins Loch fällt. Ey, wir könnten das auch noch ein bisschen weiter ziehen, ne? So. Mal eben hier rum. Moment. Er ist wieder schneller wie ich hier. Hast du das gesehen? Da unten, dass das nicht weggeht. Das stört mich auch so ein bisschen. Da diese untere Einblendung. Ja. Ja. Ah. 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 Nein, ich müsste jetzt, dann gucken wir erstmal bei Gebäude, ich muss da ja näher noch, hier mache ich Rasen rein, ist klar, Fahrzeughalle, was nicht mehr denn? Einmal, diese ganze Übersicht hier, das ist doch schon wieder totaler Pille-Palle-Kram, oder? Seht ihr das anders? Aha, da kann ich auf zwei Seiten, das ist eine sogenannte Durchfahrtshalle, Ach Leute, Leute, so, weg, guck dir das an hier, ey, das ist nix schön, bauen, Der Gerät brauchen wir auch noch, Der kommt da so dran, ne? Ach Mensch, also dieses... Jetzt steht er da zu nah dran. So, das haben wir auch, das sollte erstmal langen, dann wollten wir noch ein Silo haben. Da nehmen wir erstmal das. Jetzt stellen wir es so hin. Das ist so hin. So. Guck, guck, guck. Aaaaaaaahhhh Fuh, fuh, fuhrum, fuhrum, pahram, padam, padam. Was geht denn da rein? Silo, das stellen wir. Warum kann ich denn hier nicht vernünftig? Das ist doch alles Murks. So. Dann müssen wir noch mal. Hallo Silo, der Containertools. Wann haben wir denn hier? Ach so, die Werkstatt. Die brauchen wir natürlich auch. Sag mal, warum kann ich denn hier nicht so vernünftig? Ich würde das doch gerne ein bisschen. So. Kleine Fahrzeugwaage. Ne. Große Fahrzeugwaage wollte ich auch nicht. Den Kärcher. Ne, den Kärcher, das stellen wir dann hier mit hin. So. 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 langen. Das muss erstmal langen. Pass auf, jetzt nehmen wir den noch. So. 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 das ist. So. So. Machen wir mal um. Das passt so nicht, das ist zu viel. Das ist zu klein. Lass ich das erstmal so. Den Rest fuhren wir mal so anders dann irgendwie. Das muss ich mal eben gucken. Malen. Gras. So. 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 Haben wir es. Äh. Noch ein Bettchen. Da noch. Siehste. Nicht, dass mir hier im Garten noch Baumwolle wächst. Das will ich nicht. Was haben wir hier? Schotter. Azfalt. Dreck. Nein. Matsch. Schonmal gar nicht. Dann werden wir das hier schottern. So. So. So machen wir das. Koch. So. 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 der Bodenangleichung. Das Malen hier ist ja ganz in Ordnung, aber... Dann habe ich eine riesige Hohe Fläche, auf der ich mich dann austoben kann. Amerikal, ne? Jetzt muss ich mal eben gucken. Pinselgröße, Pinselform ändern. Ei, 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 ei. Das Dreieck kann ich ja nicht, naja, kann ich nicht drehen. Ich kann nicht drehen. Ich kann nicht drehen. Das ist jetzt noch nicht, ne? Alles, was ich schon gesehen? Ich kann nicht drehen. Meist schau mal kurz vor. Ja, ja. So. Da haben wir hier schon mal was, wo wir uns drauf austoben können. Hallo. Hallo. So, die ersten schon wieder um? Ach nee, guck dir das hier an. Ja, das ist, das ist Käse. Alles wellig und... Ich kann's nicht ändern. Du kannst das ja auch nicht... Ähm... Hä? Du kannst das ja auch leider nicht... ...nicht dementsprechend... ...gerade bügeln. Das ist ja das Elend. Also das ging im 19er eigentlich relativ gut. Da konnte man sich das so ein bisschen... ...bisschen glatt ziehen. Aber hier, du... ...dat ist wirklich nicht schön. Also das ist das, was mir sofort aufgefallen ist, hier im 22er. Erstmal diese... ...diese Grafik, wie es dargestellt ist, finde ich unheimlich schlecht gemacht. Dieser komische rot-grüne Punkt hier. Kann man schlecht sehen. Das war im 19er wesentlich einfacher zu sehen. Und vor allen Dingen, es hat auch besser funktioniert. Was das hier ist... ...dat ist Murks. Aber vielleicht ändert sich da ja noch mal irgendwas. Vielleicht kommt ja mal so ein... ...platsch, patch, plutsch... ...dass das besser wird. Aber im Moment muss man da womit leben, glaube ich. Naja, okay. Gut. Das soll's dann erstmal gewesen sein. Guck mal, hier kann ich noch schön was hinbauen demnächst. Wenn die größeren Maschinchen kommen, gell? Hallo, Werkstatt. Naja, geht leider nicht auf. Hat auch Licht. Gut. In diesem Sinne. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Ja, ich hoffe, das mit dem Ton sollte ja diesmal geklappt haben. Also laut OBS hier. Ach guck, hier muss ich ja auch noch... Laut OBS soll das ja wohl... T-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t. Äh... Na, wo muss ich denn jetzt hin? Tiere, Dekoration, nee. Zäune, Produktion, Tiere, nein. Nee, hier war ich doch falsch. Ach, das mach ich gleich ohne euch, fände ich hier ein bisschen. Also ihr Lieben, vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Vielleicht hat euch das ja hier auch ein bisschen gefallen, mit dem Gebäude hinstellen und so weiter. Also, Bye-bye, bis zum nächsten Mal, tschüssi.